Hallo meine lieben Kuhn, süßen Vorredner und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr ja schon wisst, arbeite ich jetzt schon eine längere Zeit mit Wittwia zusammen. Und jetzt hat Wittwia eine brandneue Box für euch entwickelt. Und ich bin eine von 10 Influencern, die die Box jetzt launchen darf. Ich habe die Box euch schon mal auf Instagram vorgestellt, aber heute werden wir noch mal genauer auf alles eingehen, was diese Box alles so drauf hat. Zuerst muss ich aber echt sagen, dass ich mega überrascht A von der Farbe bin, ich meine ich liebe Rosa, und B die Box ist echt richtig groß. Guck dir das mal bitte an ey, die ist so groß wie mein ganzer Oberkörper. Aber jetzt nicht lange schnacken, Kopf in Nacken, wir machen die Box jetzt gemeinsam auf. So viele Produkte sind drin. Und Mädels, wenn ihr diese Box aufgebraucht habt, könnte man sie theoretisch auch noch weiter benutzen. Könnt ihr hier zum Beispiel so Schmuck reinmachen oder wir Frauen haben also unendlich viele Kosmetikprodukte. Die ist nämlich richtig stabil, die Box, und kann quasi weiter verwendet werden. Insgesamt hat Wittwia drei Boxen auf den Markt gebracht. Einmal die 28-Tage-Box, einmal die 14-Tage-Box und einmal die 7-Tage-Box. Und das hier ist die 28-Tage-Box, das heißt, es ist die größte Box, die Wittwia jetzt neu rausgebracht hat. Mit drin sind eins, zwei, drei verschiedene Tees. Auf die Tees gehe ich nachher nochmal ein. Du hast zweimal den Vanilla Slim Shake, einmal Slim Caps und einmal Anticellulite Caps. Du hast die unglaublich leckeren Vanilla Slim Bars. Dann hast du einen Shaker, auf den gehe ich nachher auch nochmal ein, der ist nämlich richtig cool. Dann hast du noch eine Rose Gold Thermobottle aus Glas bei und drei Müsli-Sorten. Einmal Tropical, einmal Superfruit und einmal High-Protein-Müsli für dein Frühstück. Und du hast noch dieses wunderschöne Bodyguide dabei. In diesem Bodyguide ist eigentlich alles Wichtige, was du wissen musst. Von Rezepten bis Walkout-Übungen. Es werden dir nochmal die Produkte erklärt. Du hast noch eine Ernährungsguide drin, wo du deinen Kalorienbedarf rechnen kannst. Viele Tipps und Tricks, wie zum Beispiel Tipps zum Durchhalten. Also einen richtigen Begleiter für dich. Und wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, diese Box zu bestellen, dann bekommt ihr von mit mir eine E-Mail zu einer separaten Facebook-Gruppe, wo du dich mit den anderen Mitgliedern austauschen könnt. Ihr könnt von euren Zielen berichten, wenn ihr mit irgendjemandem ein Problem habt. Oder Rezepte austauschen und, und, und. Also du machst dieses Programm nicht alleine. Du machst es mit anderen zusammen. Denn zusammen lässt es sich einfach viel, viel besser umsetzen als alleine. Bevor ich jetzt auf alle Produkte nochmal genauer eingehe, blende ich euch jetzt hier unten schon mal den Gutscheincode ein. Damit spart ihr nämlich satte 30% auf alle Vietvia-Produkte. Also nicht nur auf die Boxen, sondern komplett auf alle Vietvia-Produkte. Also fangen wir jetzt an mit den drei Tees. Der Recover-Tee ist ein Kräutertee, aromatisiert mit Pfirsichgeschmack. Mh. Oh. Mh. Ja. Mehr Kräuter als Pfirsich, aber auf jeden Fall riecht den Pfirsich aus. Mh. Lecker, lecker. Aber es sind noch mehr Zutaten drin, wie Pfefferminzblätter, Melissenblätter, Ingwerstücke, Passionskraut, Pfirsichstücke und Ringelblumenblüten. Der Vanillaslim, der ist auch relativ neu. Der ist auch richtig lecker. Das ist eine Kräuter-Früchte-Tee-Mischung, aromatisiert mit Vanillegeschmack. Da sind zum Beispiel drinne kandierte Mangostücke, grüner Räubusch, Gojibeeren, rote Johannisbeeren, Rosenblütenblätter, Chili-Stücke und gelbe Rosenknospen. Der Strawberry-Tee ist ein Kräutertee, aromatisiert mit Erdbeergeschmack. Da sind drin Apfelstücke, Lemongrass, Erdbeerscheiben, Hagebutteschalen, Rosenblütenblätter, rote Johannisbeeren und Cranberries. Dann gibt es noch, wie gesagt, zweimal den Vanillaslim Shake. Wenn ich euch etwas empfehlen darf, macht eine Banane rein und etwas Zimt. Das ist unglaublich lecker. Leute, ihr werdet es lieben. Aber auch ohne Bananen und ohne Zimt schmeckt dieser Shake wirklich richtig gut. Dann habt ihr einmal die Slim Caps und die Anticellulite Caps. Die Slim Caps enthalten zum Beispiel Konjagwurzeln, die dich länger satt halten. Die Anticellulite Caps tragen zur Kollagenbildung bei und lassen sie quasi von innen strahlen. Mit Vanillaslim Bars. Eine ganze Packung Riegel, die quasi zum Snack für zwischendurch dienen. Und so sieht er ausgepackt aus. Und schmeckt voll lecker. Dann kommen wir zur Rose Gold Thermobottle. Ich glaube, über die brauche ich nicht so viel erzählen. Das ist eine Glas Thermobottle, die schon mega edel aussieht. Die dein Tee aber auch lange, kalt oder warm hält. Sieht mega edel aus und ist der perfekte Gleiter für unterwegs, wie zum Beispiel wenn du auf Arbeit fährst oder zur Schule. Und jetzt habe ich auch noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei den heißen Sommertagen nicht unbedingt heißen Tee trinken wollt, könnt ihr die Flasche natürlich trotzdem mit Tee füllen. Und anstatt Eiswürfel macht ihr einfach gefrorene Früchte mit rein. Sieht erstens mega geil aus und schmeckt danach noch fruchtiger, als er eh schon ist. Dann hatten wir hier noch einen rosanen Shaker, der auch perfekt für unterwegs ist. Denn du kannst, wenn du jetzt nicht unbedingt den Shake sofort zubereiten möchtest, das Shake-Pulver hier unten schon mal reinmachen. Machst es einfach wieder zu. Hier oben schon mal die Milch rein. Happy New Year. Bye with you. Und jetzt sind wir schon bei den letzten Produkten angekommen und zwar die drei Müsles, die enthalten sind. Das Superfood-Müsli ist zum Beispiel richtig fruchtig. Das ist ein Müsli mit gefriergetrockneten Früchten, wie zum Beispiel getrockneten Goji-Beeren, Kürbiskerne, Aprikosenwürfel, Chia-Saat, Aprikosenstücke, gefriergetrocknete Himbeerstücke. Also richtig leckere, fruchtige Sachen. Das High-Protein-Müsli zum Beispiel ist ein Müsli mit Kakaobohnenstücken und gefriergetrockneten Früchten. Da sind zum Beispiel drin Bananenstücke, Dattelstücke, Kakaobohnenstücke, Rosinen, Cranberrystücke und, und, und. Also auch richtig, richtig lecker. Und das letzte Produkt aus der Box, das Tropical-Müsli. Das ist ein Meerkorn-Müsli mit gefriergetrockneten Früchten, wie zum Beispiel Honig, Kokosraspeln, Bananenchipsstücke, Goji-Beeren, Erdbeerstücke, Birnenstücke, Mangostücke. Also sehr viel mit Kokos und trotzdem sehr viel Frucht mit drin. So, meine Lieben, und wenn du dich jetzt auch überzeugen möchtest, entweder für die Box oder irgendein anderes Produkt von Vitvia, dann kannst du meinen Gutscheincode nutzen, den ich hier unten nochmal eingeblendet habe. Damit sparst du, wie schon erwähnt, 30% auf alles bei Vitvia. Und ich wünsche euch noch einen wunder, 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 wunderschönen Tag. Ich gebe jetzt noch meinen Riegel jetzt zu Ende. Und dann machen wir vielleicht noch einen Tee. Ich habe euch ganz so lieb. Und wir sehen uns wohl schon nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure anderen Wünsche. Eure anderen Wünsche.